Auf drei Rümpfen flink unterwegs sein, das geht mit dem Trikat 96 richtig gut. Doch wir starten erstmal etwas ruhiger und bei weniger Wind. Bei etwas flauer Brise vor La Rochelle bleibt Zeit, sich an Bord des 720 Kilo leichten Flohs aus der Britannien genauer umzusehen. Die beiden Schwimmer lassen sich per Taillenzug nach hinten schwenken, so werden aus 4,60 m breite, schlanke und straßentaugliche 2,45 m. Gefaltet wächst die Gesamtlänge dann auf 7,60 m. Davon abgesehen ist der Trikat 96 auch von einem Golf mit Basismotorisierung locker zu ziehen. Ein echter Vorteil, denn so kann man ihn sich auch bis nach Hause holen und in den Garten stellen. Gerade im Angesicht der angespannten Liegeplatzsituation ein echter Vorteil. Unter Segeln kommt der kleine Tri bereits ab 10 Knoten Wind ins Gleiten. Als Kandidat von Europas Yacht des Jahres war er im vergangenen Herbst mit von der Partie und zeigte der größeren und teureren Konkurrenz der Einrumpfer bei Leichtwind schnell das Heck. Unser Testboot kam allerdings auch mit dem Sportrick, das durch einen längeren Großbaum 12% mehr Segelfläche im Groß als die Standardvariante tragen kann. Außerdem kommt in dieser Sportversion feines Laminat anstelle von Darkron an Bord. Das sorgt dann auch bei drei bis vier Windstärken in Zusammenarbeit mit dem 24 Quadratmeter Gennaker für Werte bis 11,5 Knoten. Bei noch frischeren Bedingungen haben unsere Tester sogar 15 Knoten gemessen. Kein Wunder, dass diejenigen Kollegen später dann auch mit einem breiten Grinsen in den Hafen einliefen. Dabei kann dem Trikat attestiert werden, dass seine Crew die Geschwindigkeiten ohne viel Aufwand abrufen kann und er steht sicher, ja, wie auf Schienen unterwegs ist. Gut gelöst? Der Bugspriet wird in einer Mulde an Deck gefahren. So bleibt der Innenraum darunter trocken. Und was den kleinen Bretonen außerdem auszeichnet, sind seine Steckschwerter und das angehängte, gut vorbalancierte Ruder. Diese Teile sind nämlich aus Carbon gefertigt. Gerade die Tatsache, dass es Schwerter statt Stummel oder Schwenkiel gibt, sorgt für mehr Leistung. Klar, Kritik gibt es auch, aber nichts, was nicht aus der Welt geschafft werden kann. Das Ruder hat etwas zu viel Spiel in der Aufhängung, worunter die Rückmeldung leidet. Und die Laminartücher waren für Leichtwind zu flach profiliert. Im Innern zeigt sich, der Trikat ist für bis zu vier Personen gedacht. Idealerweise ist man mit ihm aber zu zweit unterwegs. Dann können nämlich beide im Vorschiff schlafen und es müssen keine Kojenbänke umgebaut werden. Das Ambiente im Wohnbereich fällt etwas nüchtern aus, aber immerhin reicht die Ausstattung fürs Tourensegeln. Und das bei einem annehmbaren Preis. Segelfertig bekommt man einen Trikat 96 für gut 63.000 Euro. In der von uns gesegelten Vollausstattung inklusive Trailer kostet der kleine Spaßmacher dann 75.000 Euro. Dafür hat man dann einen schnellen Tourer, der unkompliziert zu segeln ist und an Land schnell verstaut ist. Und das Tolle, es gibt zwar auch Ausstattungspakete, man kann sich seine Wunschoptionen aber auch einzeln aussuchen. Das bietet längst nicht jede Werft mehr an. Wer den Trikat ans Auto hängt, kann in ganz Europa Segelurlaub machen. Von den Scheren Skandinaviens bis zu den griechischen Inseln. Und auch wenn er in seiner Kategorie bei Europas Yacht des Jahres nicht gewinnen konnte, so bekam er immerhin eine besondere Erwähnung. Und das völlig zu Recht.